Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Da er kommt weiter. Gar nicht schlecht. Beteen. Vielen Dank. Die kommt nicht schlecht zurück. Das war's für heute. Geh scheiße! Look out. Okay. Das war's. 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 Robert? Das war's. 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 ... Das war's. 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 Ja. Das war's. Das war's. Das war's. ... 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 Wie lange dauert es? Ein paar Minuten. Oh, scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, scheiße. Hier. Oh, mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess. Lauf. Lauf. Los. Los, komm. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hier nach. Wir haben... Schnell. Okay, Ellie. Auf mein Signal laufen wir. Signal. Laufen. Jetzt. Lauf. Lauf. Lass mal den Lichter. Eddie, wir müssen noch mal laufen. Bereit? Ja. Ja. Ich seh sie, ich seh sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann da unten nichts sehen. Sind Sie wirklich hier langgekommen? Das ist unser Auftrag, also weiter suchen. Unten bleiben, sonst sehen Sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Ich kann welche hören. Schiss, schiss. So, mit Klicke erwischen Sie. Hier können wir durch. Okay, komm. Komm, Ellie. Geht hier durch. Jetzt komm schon, Joel. Ich komme, ich komme, ich komme. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen wir da vorab kommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir aus, Nord. Wie sieht's aus? Es sind so viele, Tess. Oh, Mist. Sie sind hier bei uns. Versuch sie abzulenken. Okay. Sie sind hier bei uns. Gut gemacht, Cowboy. Ich sehe niemanden. Totsicht, Gott. Negativ. Legatisch. Heiß, Gott. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Na los. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Es wird so anders. Ja. Ja. Ja, sieht gut aus. Ja. 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 Kommt, wir gehen. Ist nichts mehr. Okay. Oh, warte, warte. Herr Blut. Weiter. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann. Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich.